Helen Damm, die Künstlerin Helen Damm war eine der bedeutendsten Schweizer Malerinnen des 20. Jahrhunderts. Aus expressionistischen Anfängen entwickelte sie eine ganz eigene Ausdruckskala, die sich um stilistische Zuordnungen nicht scherte. Es waren Pflanzen, Geranien, Lilien, Malven, Winden, Rosen, Sonnenblumen, die den Ort, an dem das Werk der Schweizer Malerin Helen Damm entstand, magisch hüten sollten. Das Haus, genauer gesagt die beiden Häuser, die Helen Damm im Lauf ihres langen Lebens in Ötwil am See bewohnte. Besonders hatte es ihr ein Kerl von einem Riesenkerbel angetan, den sie in ihrem zweiten Garten angepflanzt hatte. Sie malte ihn oft wie einen Ritter, der ihr beistand. Aber das tat sie als alte Frau. Und so müssen wir es dann mal zurück, um den Anfang des Fadens zu finden, der zu den Blumen und zum Kerbel führt. Helen Damm, geboren am 21. Mai 1878 in Egelshofen bei Kreuzlingen, kam aus gutem Haus. Doch stand nur über ihrem Talent ein kleiner guter Stern, nicht über ihrem Leben. Das väterliche Seidenunternehmen ging bankrott. Die Mutter brachte ihre vier Kinder allein mit einer Studentenpension in Zürich durch. Fast 30 war Helen Damm, die Älteste, als ein Mäzen ihr die Möglichkeit gab, Malerei zu studieren. 1906 ging sie nach München, in die damalige Hauptstadt der Kunst. Vermutlich schon zu Hause in der Pension hatte sie ihre große Liebe gefunden. Else Stranz war Archäologin. Weltläufig, selbstbewusst, zwölf Jahre älter. Und eben eine Frau. Die verbotene Liaison gab Helen Damm den äußeren Grund, mit allem bisherigen zu brechen. Der tiefere Grund lag beim Vater, bei Übergriffen, emotional, vermutlich auch sexuell. Sie hatten eine Verstörung zur Folge, Schuldgefühle, Depressionen, die unaufhebbar waren. Zuerst aber schien alles gut und Freiheit möglich. Sie studierte an der Akademie bei Julius Exter, der, heute vergessen, als Farbenfürst galt und als Modernist. Vor allem aber sah sie alles, was gut und neu war. Bilder von Brack, Picasso, Roux und die Werke des blauen Reiters. Franz Mark, der blaue Pferde malte, und Vasily Kandinsky erfanden dieses Label für die neue Kunst, die ihnen vorschwebte. Mit primitiver Kraft, derben Strich, starken Farben, schroffen Konturen und wilder Wahrhaftigkeitsglut traten diese Expressionisten an, um das müde Raffinement des Jugendstils, des Spätimpressionismus und der Salonkunst zum Verlöschen zu bringen. Wie immer Helen Damm im Laufe ihres Lebens noch malen sollte, von Geist und Gemüt blieb sie expressionistisch. 1919, nach sieben Jahren in München und einem Intermezzo in Zürich, ließ sie sich in Ötwil am See nieder. Irgendwer, der ihre Kunst bewunderte, hatte ihr ein Haus geschenkt, im Ortskern. In diesem Haus lebte sie 19 Jahre, 13 davon mit Ilse Stranz, bis sie sich 1932 trennten. Wenig weiß man über diese Zeit. Das Haus selbst ist heute stark verändert, aber Bilder gibt es. Blumen, Selbstbildnisse, apokalyptische Landschaften und schließlich Ötwil, ihr Dorf in seiner Landschaft. Das malte sie wie Grandma Moses, bunt, lieblich, naiv. Als wolle sie es beschwören, sei gut zu mir, sei mir idyll. Aber vermutlich war sie vor allem doch einsam. Eine zerrissene im goldenen Käfig des einfachen Lebens, die ihre Kindheit, die gescheiterte Beziehung, Unnehmbares nicht verwinden konnte und nur beim Arbeiten halbwegs glücklich war. Kein Wunder, dass sie weit über 2000 Werke geschaffen hat. 1938, mit 60 Jahren, wollte sie erneut alles hinter sich lassen. Sie verkaufte das Haus und floh nach Indien, um bei einem berühmten Guru Ruhe und Erleuchtung zu finden. Doch schon im Folgejahr kam sie krank zurück nach Ötwil am See. Sie mietete ein kleines Gehöft in der Egertenwies, das Haus, das die Einheimischen bis heute mit ihr verbinden. Und draußen vor dem Fenster pflanzte sie Blumen und Kerbel zu Hütern ihrer von Nacht und Winter umbrandeten Psyche. 30 Jahre lebte sie in der Egertenwies. Aus Indien hatte sie die halberfüllte Sehnsucht nach Sinn, Transzendenz und Erlösung mitgebracht. Die Bibel, das Gilgamesch-Epos, Dostoevsky, Stifter, ein paar schwermütig-grübelerische Bücher formten ihre private Religion. Engel und Madonnen, ikonenhaft schlicht, und der Gekreuzigte wurden zentrale Motive ihrer Bilder. Und auf einmal stand die Kunstwelt vor der Tür. Als erste Frau erhielt sie 1954 den Zürcher Kunstpreis. Sammler und Professoren kamen ins Dorf. Das Dorf staunte und machte die kettenrauchende Malerin, die Turbane aus rotgetränkten Mullbinden trug, zur Ehrenbürgerin. Den Kinderschreck, der selbst ein Kind war, das unter Anerkennung glühte und seine Bilder verschenkte wie Bonbons. Für die dunklen Winter, vor denen Helendam graute, bastelte sie sich Papierblumen aus Seide. Sie malte Engel auf den Schornstein im Estrich, und einen Schalmeinspieler Alfresco auf die Sockelwand der kleinen Scheune, die dem Häuschen in der Ägertenwies angeklebt ist. Orpheus, der die betrübte Seele aus der Unterwild lotst. Um ihren Geschichten Ausdruck zu geben, probierte sie viele Techniken und Materialien aus. In ihrem letzten Lebensjahrzehnt, hingerissen und beängstigt vom Raumflug und der kosmischen Weite, wurde sie abstrakt, schleuderte den Pinsel, ließ Farben zerlaufen, in Handlungen von höchster Konzentration. Die Tusche fließt nicht dorthin, wo sie will, schrieb sie. Sie fließt so, wie meine Hände wollen. Und dass die Hände tun, was ich will, das ist Kunst. Ihren 90. Geburtstag am 21. Mai 1968 wollte Etwil unverbrüchlich stolz auf sie zum Dorffest machen. Am Vortag feierte das ganze Dorf mit Blasmusik und Tanz. Feierlich wurde ein Weg nach ihr benannt. In der Nacht stürzte sie aus dem Bett, brach sich den Oberschenkelhals. Drei Tage später starb sie im Spital von Menedorf. Wer heute nach Etwil am See fährt, findet das kleine Anwesen bewohnt. Helen Dams Mahlstube kann man dennoch sehen. Sie wurde rekonstruiert in einem Haus unterhalb der Kirche, das im Sommerhalbjahr Raum für Ausstellungen bietet. Ein kleines, wechselnd bespieltes Helen-Dam-Museum. Wie in der Eggerton-Wies schaut die Stube nach Osten, über ein Gärtchen aller Helen-Dam hinweg. Doch anders als dort, nicht ins Land, sondern zum Friedhof, mit dem Grab und dem einfachen Holzkreuz darüber. sie finden auf den Platz line y Asians über. Du man aus der nuovo needle,